hallo und herzlich willkommen hier so über kettler im kopf und einen schönen zweiten zeit auch die grüße ich mache hier weiter mit mit der aussage von sommer reizen unsere zeigen es gab einen großen update und da gab es neue geräte dazu weil ich jetzt weiß mein glas traktor oder glas der große von 12 30 also es gab so einiges neu also es wurde auch performance verbessert zum beispiel dass man jetzt auf mehreren kern das brecht wird noch eins doch ansonsten schauen wir uns auch so neue zukommen das ist noch einer beine klar als hexte traktoren eben einer kann dazu die fahrzeug ja ich habe hier eine sähmaschine und die satanheit ich habe anfangs vergessen hatte kann übersehen vor allem das kriose denken wir das kauf alles zusammen und dann hast du dann einzelne gut steil mal intakt durch wir dann gewöhnen das ist noch laut ja ja hat äh gut mal sehen kann man sich das nicht einfach mal reduzieren kann sein so starten wir überheben mit lenkung mit lenkung ok wir fahren ja nachher vor mit dem cds ich dachte es ist einfach verwirrte oder mit marschgebänden arbeiten ansonsten kommen wir ganz gut zu weg nur so absecken und zu fahren dann geht es nicht langsam gut dann gehen wir auf das automatisch 10 kmh so das ist ein bisschen mühsam also man könnte natürlich auch immer einsteuern das macht aber das brauchen wir leider anfangs anfängt sich etwas besser wie man einen rein ansonsten würden sie dann auch einen dünner kaufen zum freuen mit jüngerliger dank der aktion schon im hof das hier das sind ja die reichen und mal schauen ja heute ist der bietstag gerade gestern naja hab mich kaputt am einkaufen nach kochen wurde waschen schon spät und dann war ich wieder früh im bett ist ja nicht ganz so dramatisch ne daher drehen sie nicht mehr da wirst du nicht verstanden ich glaube da ist sowieso so ja hauptsache die körne gehen raus und daher gehen von außerdem mal wenn du die einseitest rein oder die aus hat das wird schon separat immer tief oder so so soll der gas geben mal schauen wir wie das ist das feld 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 so Clarion an ab an 3 Gehe gehen theoretisch, nicht möglich, hoffen wir auch nicht, am Anfang macht das nichts. Aber jetzt zum Wind ist irgendwie so tragisch. Weiß kann auch nicht an Trost ab. Natürlich gefährlicher wird durch Mais. Mais hält, dann ist es gut. Der macht das nicht. Der Riese-Bahn. Das ist hier aufgewachsen. Ach, der Riese-Bahn. Weiß nicht genau. Der jetzt arbeitet. Doch, auf jeden Fall ist er. Fingermäßig. Gucken wir mal kurz eine Karte rein. 2, 1, 4. Hier ist die Karte auch. Sitz. Also, wie sieht es aus? Nicht gut. Fingermäßig. Taktiert noch viel. Sehr viel. Hellblau. Hellblau. Kann man sogar sehen. Na gut. Dann muss ich sehen, beim nächsten Mal, dass ich ein bisschen da... bisschen mehr. 200 Liter pro Hektar oder so. Ein bisschen einspülen. Übertrieben ist auch gut. Wir können ja noch beim zweiten Mal, im dritten Mal zum Lot... was nachgeben, ne? Ich hab gedacht, na lieber, das ist ein wenig, aber zu viel. Zu viel ist zu viel. Das war am Anfang auch nichts passiert. Nur beim Text zu anfangen ist ganz, ganz wenig. Ja. So. Da gehört so eine Frage, mache ich so eine Aktion vorher fertig oder... Wollt ihr dabei sein? Was wollt ihr? Ich hab doch mal eigene Kommentare. Ob das vielleicht von vorkommen sollte? Vorarbeiten? Oder möchte ich wieder reisen? Großen und Ganzen liegen immer 1 zu 1. Wenn ich jetzt... Auf wenige Ausnahmen... Ich hab das spezielle Suche und nichts gefunden habe... Das ist dann doch zu langweilig. Glaube ich jedenfalls. So. Da wird schon waren. Ja, es geht. Gas, Gas. Das Fahrzeug kann man hier nicht sehen, ne? Ob ich den Wohl lieber erst... Nee, das nicht. Ja, da war ein Aktion. Das ist im Prinzip... Das hintere Teil für die Saat... Ja, da bin ich ja beide da gleich, ne? So, echt glücklich? Keine Ahnung. Weiß nicht. Wir kommen aus. Vielleicht schläfrig jetzt. Gut. Ist normal. Ich werde überlegen. Ich habe ja bei... ... 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 Das war irgendwie vom Aufnahme-Rhythmus-Ausgang verkehrt wie am Kopf. Das ist ja normal am Beginn am Samstag und die anderen beiden Frauen beginnen ja am Montag. Wir sind durcheinander. Hier ist noch ein Ate hinzukommen und zwar die Funktion, dass hier die Fahrzeuge repariert werden müssen. Da hat er aber nicht Hunger. Jetzt hat der Spur. Das ist neu. Freizeich nicht müssen, oder? Ich gucke mal ganz kurz umfällen auf, um zu kuppern. Hier in der Folge noch zwei und drei Mal. Ich weiß nicht, wer ist denn aktuell? Können wir hier hinlegen und kennen. Wie gesagt, gestern war es früh sehr früh aufgetan. Wir konnten in der Schaden. Ab elf ungefähr, ab zwölf war es gut. So. Dann haben wir gesagt, wir um ... ... zurück. Ja, um drei. Jetzt schluss ich da auf. Nichts, alles. Wenn man jetzt gut denken kann. Ich bin direkt. So. Jetzt war ... Ihr habt einen Tüge. Viel tiefer. Also auch ein Funken. Ding. Einmal. Einmal. war der aus das könnte sein das schauen wir gleich das ist halt so jetzt hat er den hier gehoffert war doch angewiesen ja hier muss ich steuern ansonsten wir gehen sofort auf die erste Richtung wobei ich dann automatisch haben soll gehen wir nochmal rein Grenze ok aussage verkehrt aussage verkehrt das ist jetzt die Firm kann leeren dann können sie uffa felle felle achso wir müssen rechts ok weg und zappel ausklappen gut rückenmängel einschlappen nicht zaubleich anklösen aber jetzt geht es jetzt geht es hat er abgesenkt gehabt aber jetzt wird es wieder heller aber da habe ich ja sicher nicht darunter nicht gedüngt na gut das ist halt so ne ich werde mal sehen das nächste mal naja das sind Erfahrungswerte der eine ehrenziehen kann auch noch nicht wir brauchen länger alles zu behalten völlig klar das soll es echt eine Freude gewesen sein ich werde doch den Rest erst zu Ende einsehen und wenn wir zum Hochschirm fahren hol ich euch wieder ab so noch schön Restfeiertag genießt den Tag so ich werde es auch genießen wenn es geht wenn es geht tschau und nochmal vielen Dank fürs Reinschauen tschüss